Wenn ich als Bürger dieses Landes erkannt habe, dass Familien unbedingt steuerlich entlastet werden müssen und ich deswegen das Familiensplitting unterstütze und die AfD die einzige Partei im Bundestag ist, die genau das in ihrem Wahlprogramm stehen hat und ich deswegen AfD-Positionen unterstütze, dann ist das halt so. Wenn ich mir als Bürger dieses Landes mehr direkte Demokratie wünsche, in Form von Bürgerbefragung, von Bürgerentscheiden und die AfD die einzige Partei im Bundestag ist, die genau das in ihrem Wahlprogramm stehen hat und ich deswegen AfD-Positionen unterstütze, dann ist das halt so. Wenn ich mir als Bürger dieses Landes Eigenverantwortung wünsche, selber entscheiden möchte, ob ich geimpft oder nicht geimpft werden will und die AfD die Partei ist im Bundestag, die genau das in ihrem Wahlprogramm stehen hat und ich somit AfD-Positionen unterstütze, dann ist das halt so. Wenn ich mir als Bürger dieses Landes weniger Bürokratie wünsche, eine intelligente Einwanderungspolitik, eine funktionierende Bildungspolitik, eine Gesundheitspolitik, die diesen Namen auch verdient und die AfD nun mal die Partei ist, die genau das in ihrem Wahlprogramm stehen hat und ich also damit AfD-Positionen unterstütze, dann ist das halt so. Denkt mal drüber nach.